Hallo, wir sind die Jungs vom K1 Sportbaser und wir machen dieses Jahr wieder den traditionellen Adventskalender. Und deshalb gehen wir heute mit einem Beispiel voran und zeigen euch mal, wie einfach so ein Video gemacht ist. Unser E-Mail-Kosttag wartet auf eure Video-, Text- und Fotobeiträge. Auch der SVT des Feldes ist aufgefordert. Ihr habt Zeit, ihr müsst ja nicht zum Masters. Also, denkt euch heute Abend beim Training was Schönes aus und schickt es uns.